hallo freunde willkommen bei tom clancy's the division hier shenzhou und wir sind wieder vor unserem operationsgebäude herrlich die schöne aussicht herrlich da liest doch mal was hier ja wir sind jetzt hier weiter auf erkundungsreise so ein bisschen gucken was wir so tolles haben ja ich möchte vielleicht mal gucken dass ich auf level 6 komme möchte ich dann einmal vielleicht versuchen noch dass ich mache ich auch keine solle und dann möchte ich mal einmal versuchen die mission dann noch mal komplett alleine zu machen wenn es dann noch nicht klappt dann das tut mir leid er hat sich erschrocken ja ich wusste nicht was du von mir wollte das kollega da habe ich vorsichtshalber lieber die waffe gezogen das tut mir leid ich würde ja gerne helfen aber ich kann es leider nicht ich kann es leider nicht habe keine angst naja ich möchte die müssen aber erstmal dann noch mal alleine versuchen und wenn es dann echt nicht klappt dann nochmal vielleicht dann als team jetzt will ich mir halt noch mal so ein bisschen meine skills verbessern meine also jetzt man können ein gameplay wenn man so will ja vielleicht ein bisschen bessere ausrüstung noch bekommen nein das war oh man habe ich mich jetzt etwas verschätzt weg ja los weg hier in deckung alter kann man es eigentlich hier auch so ich wollte eigentlich darüber crouchen aber klappt leider nicht so ganz na kollege ich glaube ich habe auch den falschen knopf wieder gedrückt oder entkommt mir nicht das hatte ich jetzt nicht geplant läuft da meine geiselgeräte sauber sauber jetzt nicht so ganz zu erkennen hier noch einmal mineralwasser lecker lecker haben wir hier noch was da ist der schlüssel herrlich 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 gibt es sonst noch irgendwas nein ok warte moment ja ich glaube ich soll dir weg schweiß verdammt aber ich muss trotzdem wissen ja geil geil ach so ok er ich dachte ne aber trotzdem muss ich mich auch irgendwie heilen können ja leute das kann doch nicht so sein dass ich mich hier nicht heilen kann irgendwie ging das doch wasser mineralwasser brandgeschossen nahrungskonserven 40 prozent heilungseffekt hier ist irgendwo ein schlüssel für die tür ja aber ich meine hier dieses erste hilfepaket hat muss ich ja auch irgendwie kann ich mir nicht vorstellen dass ich mir nicht ich dann nicht mehr benutzen kann oder ok ja trotzdem gucken wir mal kurz dann müsste ich ja eigentlich nur eins haben nö null ich habe es irgendwie gerade eingesetzt 2 muss ich mal testen wenn ich sicherheit ich finde auch geil dass man dann so sage ich mit die flügel hier wieder ja dass man die wieder aufbauen muss quasi nehmen wir mit ich habe mich eigentlich die waffen die wir so jetzt nicht benutzen ob man auch irgendwas mit dem machen kann ob man die jetzt irgendwo lagern kann oder ob ich den vielleicht verkaufen kann für geld haben wir eigentlich kann ich hat hier stufe 5 inventar kann ich hier irgendwo mein geld sehen da ja genau credits 136 so oh ich geh weg ich geh weg du hast nichts gesehen du hast nichts gesehen so warte mal da ist ja hier noch was gehen wir da hin da möchte ich jetzt hin jetzt sieht aber auf der karte so nah aus muss ich da jetzt extra so einen umweg gehen anscheinend anscheinend müssen wir jetzt so einen umweg gehen ok ja gut dann machen wir das mal dann machen wir das mal das ist nicht witzig ich habe noch nichts gemacht ich habe nur zugeguckt hast du dich etwa erschrocken hast du dich etwa erschrocken kollege ich glaube der rote bereich den können wir noch nicht oder ohne erforscht entdeckt warnung außerhalb der beta zone ok ja gut dann liebe leute können wir da leider noch nicht hin ich wollte es einfach jetzt nur mal kurz testen ja warte mal ok also in diesem bereich können wir uns also dann aufhalten ok ja gut ich meine das ist ja wahrscheinlich ok das ist ja dann die da glaube ich oder oder noch richtig unerforscht ja gut aber ich meine wir haben doch ein paar bereiche wo wir noch hingehen können na also außerhalb ich meine die sind wir gut hier da denkt man das alles außerhalb herr ich denke mal dieser außerhalb bereich wird dann auch nicht im richtigen spiel glaube ich dann mit dabei sein also wird man dann was hat ja wir schulden hier sieht so aus als ob man reingehen könnte und was looten könnte looten gut haben wir schon mal was ein stoff sonst noch was freunde ja ich mach mal erstmal werden jetzt wahrscheinlich so ein paar entdeckungsfolgen sagen wo ich dir die ganzen neben sachen mache und dann werde ich mich dann mal so ein bisschen wieder um die hauptmission kümmern damit wir dann auch mal so ein bisschen weiter kommen ja ich weiß jetzt nicht aber ich glaube in der beta haben wir jetzt wie das jetzt hier ist was wir alles zu tun haben so bei jetzt hier so mehrere missionen sind oder ob jetzt da nur die paar missionen die wir da hatten ok ich sag mal es ist auch gleich schon wieder mit der aufnahmezeit zu ende dann würde ich mal sagen beende ich mal hier die folge und wir machen in der nächsten folge weiter tschüss